Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid in einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Wir haben uns gerade eben schon aufgewärmt gehabt für Drop Zone oder auch Abwurf Zone. Na Grimse, war das nicht eine geile Runde? Na das war über Scheiß, das war meine Kack Map, die ich nicht mag, du hast 49 Kits gemacht, was ich nicht mag, ich hab wenig Kits gemacht, was ich nicht mag, aber ja Leute, wir sind wieder da, auf einer schönen Ice Map, wie heißt die eigentlich? Hoth. Äh nein, nicht der Planet, die Map. Für mich ist es Hoth. Es ist Hoth, okay. Ich hab mir jetzt angewöhnt, Leute, um eine andere Waffe zu spielen, die CA noch was. Und ich gewöhne mir mittlerweile die D-Go-Pace mit dir dran. Und ich hab mir auch die Armbrust hier angewöhnt, ey, die ist wirklich der Hammer, Leute. Richtig stark, wolltest du sagen? Sind die keine Feinde? Es sind nur zwei Feinde auf dem Spiel gerade. Wow. Gibt es mal an. Ja, da sind aber viele. Ja, da sind wir heute mal im Hardcore Mode. Ja. Aber ich wollte ja gerne die Seiten tauschen. Ja, da könnte ich dich über den Tisch ziehen, wär schon ne geile Sache. Ich hab ihn mal gescannt, aber bei mir ist keiner. Wow. Hast mich gerade abgeschossen. Bei mir ist einer. Wo sind die Gegners denn? Weg ist er. Gegners. Ach ja, und ich hab einen neuen Trait geholt. Mit dem hab ich die Fähigkeit, dann immer wenn ich töte, einen Power-Up zu bekommen. Prozentual gesehen. Wir haben die Rettungskraft sichergestellt. Fink nice an. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, jetzt ist das Gegner hier voll. Okay. Ah, super. Oh nein, es ist unterirdisch. Da kann ich meinen Jetpack nicht so gut benutzen. Okay, ich kann von meiner Position aus jeden abschießen, der das sauber möchte. Ah, shit. Ich bekomme. Egal. Bin gestorben. Achso, das ist ein Freund, okay. Du musst aber daran denken, dass hinter dir auch Leute kommen können, ja? Ja, ich hab vorhin noch gescannt. Da kommt gerade ein. Das ist du. Hä, du bist nicht tot? Ja. Hä? Ich hab dem doch ne Kontaktkanate gegeben. Okay, ich ran rein. Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Ich hab mich bei den Gegnern angekündigt durch 100maliges Schießen aber nicht treffen. Ah, von hinten. Von wo? Lebst du noch? Peng, Erschlangen. Ich lebe noch. Was? Wie konntest du das überleben? Du rennst rein? Achso, du hast den Jet aktiviert, ne? Hm. Ihr seht das mal wieder, Leute. Der Korni holt sich mit Noobwaffen mal wieder raus. Riecht nicht nett von dir. Wir haben die Rettungskaps in Besitz genommen. Wow. Das war knapp. Die Runde vorher war noch viel spannender. Ja, die Gegner wären es gerade gar nicht, hab ich das Gefühl. Ja, gib mir auch so. Hinter dir ist einer übrigens. Jetzt. Jetzt vor dir. Wie auch immer. Weg ist er. Ja. Sind die Gegner jetzt? Muss ich ehrlich sagen, das Ding ist echt nice. Der muss? Ja. Ich scanne einfach keine Gegner. Ich verworfen alle meine Scans gerade. Wer tut er denn? Oh. Für nichts und wieder nichts. Unten kommt einer. Ja. Oh, zack. Ja, Mann. Weg ist er. Du hast immer epischen Pill geklaut. Ist das cool. Grimsel kannst du nicht fassen. Darüber muss ich nachdenken. Boah. Weißt du, wie episch du hier gewesen bist? Nein. Ich spring da runter und... Ich habe gerade zwei gekillt. Äh, nee. Ey, das habe ich nicht verdient. Der war schön episch gerade. Ich räume einfach ab. Ah, schade. Das war knapp. Hätte ich bei ihr noch geschafft. Ich wollte fast sagen, das Ding haben wir schon gewonnen. Boah. Ich habe gerade drei Leute auf einmal besiegt. Einmal bin ich gerade gut. Vor allem, wenn die ganzen Dinger jetzt immer draußen spawnen hier. Der kann dich ja nur gewinnen. Jetpack und Armbrust, die vernichtet alles. Ah, ich habe Jetpack und Kontaktgranate. Weißt du, die... Oh! Alle Gegner kommen. War die TIE Fighter. Kommen alle durch einen Gang und ich bin in diesem Gang. Warum bin ich in diesem Gang? Sei da froh, du kannst dir alle killen. Nee, ich habe nur zwei getötet. Die haben mich mit Granaten zugespampt. Und dann kam einer rein. Dann kam wieder einer und hab mich One-Shot gemacht. Ich bin wieder in dem Gang, wo alle sind. Hilf mir, Corny. Kann ich gerade nicht. Ich muss mich hier um ein Geschütz kümmern. Ich darf dreimal raten, wie viel Leben der Typ noch hatte. Eins. Unglaublich. Boah. Imploder, Alter. Nicht reagiert. Viel zu spät. Ja, dem kannst du auch teilweise nicht mehr ausweichen. Wir sind bei dir. Ich spring raus und auf einmal sind da fünf Rebellen. Ich komme zu dir. Ich habe einen Robitalangriff. Ich habe ihn einfach auf mich selber gesetzt und bin danach gestorben. Komm schon, mach Geld. Komm schon. Das dreimal hatte ich wieder Geld. Nein. Ja, Mann. Was machst du da? Der hatte kein Schild an. Der hatte kein Schild an. Nein, der Typ hat kein Schild an, der ging nicht gekämpft, hat kein Schild an. Ich habe gleich wieder gewonnen. Ja, wir sind davon zu gut, also ich würde sagen, ihr seht mal wieder, wie man richtig skiddert. Gleich das Conny, der Beste tut mir leid, Leute, ich habe mein Bestes gegeben, aber... Mann, überhitzt ey. So, direkt danach gerecht. Gewonnen. Platz 1. Knapp vor dir. Ey, Leute, ihr könnt nicht einfach... Ich habe... Leute, ich habe zwei Tote sogar weniger. Tja, ich habe wahrscheinlich einfach mehr Uplinks... eigentlich Uplinks... Power... Dinger ziehen. Aha! Die zeigen mich da. Na und? Ich hatte vorhin einen richtig coolen Run gehabt, da bin ich einfach in die Luft gesprungen, hab von oben eingekillt, hab den Nix gekillt, hab den danach gekillt. Also mit dieser Schrollfilter kann man echt einiges brauchen, mit der Map hier. Ja. Mit den Maps allgemein. Ist voll geil, die Schrollfilter. Kann man schon so sagen, ne? Also auf engen Karten ist die echt, wenn man die erstmal lernt zu spielen, ist die nicht zu stoppen, da hat eine DL 44 keine Chance. Naja. Oh ja, die Karte ist auch wieder perfekt. Ich überlege gerade, ob ich mal eine andere Waffe spielen soll, aber ich kann keine andere Waffen... Oh, ich kann auch die DL haben, die Noob-Waffe. Ich spiele jetzt die Noob-Waffe. Aha. So, DL 44 am Start, jetzt wird genoobt. Tja, und dabei töte ich ja alle, die diese Waffe haben, Grimsel. Ja, du bist ja in meinem Team. Ich glaube, ich habe eine bessere Waffe als du. Du bist ja in meinem Team. Ja, schnell Ausreden suchen hier. Also, ist ja nicht so, als wären wir gegeneinander. Noch nicht. So, aber ich glaube dafür bräuchte ich die Third-Person-Sicht. Die Waffe. Ja, ich glaube schon. Ja. Hä, ich sag gar nichts für euch dessen. Nö, es bugt gerade mal Schaum. Aber das ist ja gleich nicht aktiviert. Hey, mach was anderes. Hallo. Alter geht's. Warum hab ich das Gefühl, unser Team besteht aus Vollidioten. Alle machen diese Faust und dann kommt diese Hundertmal diese Pupen. Und dann fangen alle an sich gegenseitig abzuschießen, wenn's losgehen. Ja. Ja, das ist ein perfektes Team für uns, würde ich sagen. Ja. Ich verkack direkt mit der Noobwaffe. Jetzt komme ich von hinten. Über uns. Zwei Schüsse und Tod, das ist so krass. Dora hat echt ein bisschen was drauf. Ups. Nein! Hatte gerade ein Lag gehabt, ey. Geh mir schon wieder? Nee. Oh mein Name! Leute, ihr seht, es ist nicht vorhanden. Mann! Scheiße. Ist der Gegner da? Wo sind die Gegner aus? Hehehe. Nein! Pony, gehst du auch mit? Wir müssen den Punkt einnehmen. Los! Bin dabei! Was wird ihr denn? Ich scann mal. Ah, schade, war zu spät. Man braucht aber nur drei Schüsse auf Großentfernung, da sehe ich gerade. Die Ding! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Voll anstrengend! Da ist mir einer! Da! Okay, Leute. Ich hab jetzt den schönen Eurepitalangriff. Den werd ich jetzt ganz schön auf den Ablink. Ah, Ablink. Ähm... Ich hab zu viel Walkers gespielt, siehst du? Ja. Auf... Ja. Auf die Pods. Auf die Pods. Auf die Dropzones, Alter. Auf die Dropzones. Kannst du gerne versuchen, oder? Du hast mir gerade meinen Schatz geklaut. Hehehe. Sorry, boah. Da hat er sich zum Beruf gemacht, sagt sie Frau. Alter! Ich werd dir nur die Luft gejagt gerade. Auf Forth liebt das viel besser. Boah. Alter, manche... Und noch besser war Tatooine. Wenn du wartest... Wenn du einfach mal 30 fehlt. Wenn du wartest, bis eine Granate explodiert. Dauert das ja gefühlt drei Jahre, ne? Ja. Du wartest... Du wartest... Und dann kannst du die Granate rein und explodieren. Alter! Ich glaub, die Card... Äh, die Map ist hier nicht so gut für meine Waffe. Welche Waffe hast denn? Die CA 87 glaub ich. Boah, mein Ame, Alter. Es ist... Es ist... Nicht vorhanden, aber ich töte trotzdem. Auf der größte Nuppert von Glück. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Ah, den schnapp ich mir jetzt. Komm her. Du überlebst das nicht, mein Freund. Wo bist du denn gelaufen? Mann! Wo ist der? Wo ist der? Er ist denn gekommen. Nein! Bremse! Ich komme schon! Sonst verlieren wir diese Rettungskapsel an dich. Haha, ich wusste es, dass einer dann kommt. Na, ich bin jetzt runtergegangen. Da kommt der noch hoch. Kannst du irgendwie aufhalten? Nö. Okay, Arvin. Ich bin jetzt runtergegangen. Was? Fairmec, warum hast du mich getötet? Ich war auch so... Ich war auch in einer schönen Killingzeit. Gegenseitig gekillt. Ey, ich habe fast genauso viele Punkte wie du und habe weniger Kills als du, ja? Guck dir das mal an. Ja. Du solltest dir langsam wieder anmachen. Nee. Boah, ich bin der Beste gerade, oder? Nee, ja, bin nicht. Ich muss immer gucken, ob das nicht doch du bist. Das könnte ja sein. So. Für den Gegner verarscht. Und die Granate gehe ich schmeißen und weglaufen. Und den jetzt von hinten töten. Nicht mehr lange, dann ist die Rettungskapsel in der Hand des Imperiums. Das dürfen wir nicht zulassen. Oder doch frontal. Nein, denn... Oh, dieser Typ ist richtig gut. Junge, Junge. Ach so. Wurfer kennt sich Freunde den Grad wieder. Ja. Was machst du hier oben, Corny? Hehehehehehe. Die wissen das wir... Die wissen alle, dass wir sind. Wurfer ist echt unpräzise, ne? Ja. Die gleichen einen Two-Shot-Kill. Einfach damit aus, dass du keinen Aim hast. Also... Bleib mal da oben, bitte. Ich hab'n Jetpack. Ach so, du... Du wirst hier gleich einfach wieder hochkommen, indem du da unten stirbst und ich hier oben kamen muss alleine. Bald ist die Rettungskapsel in der Hand der Religion. Ist jetzt zu spät. Hä, wieso? Du kannst einfach mal eine Sekunde warten, bis du beim Mistborns. Nein, die Kill muss ich klauen. Ja. Haha. Nein, Conny, wie fühlt sich das an? Beschreib es mir, bitte. Eigentlich gar nicht schlimm. Nee. Du musst sagen, wie... wie traurig du bist und dass du mich gerne töten musst. Ich bin gar nicht traurig. Nee, nee. Also... Wir fangen nochmal bei vorne an, Conny. Du hast gesehen, wie ich deinen Kill geklaut habe, okay? Hat mich aber nicht gestört. Nein, 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 nein. Wir fangen nochmal von vorne an. Du hast gesehen, wie ich deinen Kill geklaut habe und jetzt bist du scheiße, weil du wolltest einen Kill haben. Okay? Ich bin voller Wut entbraten und muss dich küssen. Nein, 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 nein. Wir... Nicht... Nicht die Home-Motor fahren. Wow. Boah. Wir müssen verhindern, dass die imperialen Truppen diese Rettungskapsel... Komm, ich beschätze dich, mein Freund. Ich halte dich auch vor den bösen Korn. Wow! Da ist einer oben! Na, 2-Shot, okay. Tut mir nicht leid, Borsche. Die überrennen den... äh... äh... den Pod. Alter! Der will nicht verrecken. Ich hab... Da ist übrigens oben drauf einer. Der will nicht verrecken. Hat der dich gekillt? Ja. Ey, dieser andere Rebell war natürlich zu schlecht. Komm, dann springen wir zu. Ich komm nicht um den jetzt wieder. Nein, nein, ich krieg den. Und weg ist er. Ah, ey, er hatte einen Shotgun! Die Truppen des Imperators sichern das Gebiet und die Rettungskapsel. Wir müssen sie stoppen! Ah! Schwarz Bild! Okay. Hab ich auch manchmal, weißt du. Nein. Komm, erober das. Was? Perfekt, wir haben's. Einmal. Hast du ein Bild von der Schwarzer? Ja, manchmal schon. Wir nehmen die richtig auseinander. Man darf ja echt nicht laufen mehr. Was machst du doch? Du stirbst. Nein. Drei. Zwei. Eins. Tötet Horny, Horny, los! Weißt du, die fokussieren sich auf mich. Der Camper hier oben wird fokussiert, wäre du doch... Ist das geil. Warum wäre ich angegriffen immer? Der Pod ist echt wichtig, ne? Ich hab den schon. Unter Kontrolle. Ich kann man einfach die ganze Zeit hier oben. Schade. Das wäre zu geil gewesen, wenn ich die bekommen. Hat er grad vorhin einen Run gehabt. Wetter. Grimms ist so'n oller Camper, Alter. Ja man, ich hock schon die ganze Zeit hier oben und Camper rum. Ja, aber komm, die sind doch zu blöd, um einen zu holen, ne? Die wissen alle, dass ich hier bin. Ich hab jeden von denen schon mindestens zweimal getötet und die checken's einfach nicht. Ich mein, die sind einfach zu schlecht. Ich hab, komm mal, ich hab die kompletten... Pod... Ich mein, den Pod kannst du auch wenn ihr am besten beschützt. Die ganze Zeit war ich jetzt hier oben. Und da versuchen zwei von denen, beschäftigen sie sich nur damit, mich zu töten. Guck mal, jetzt schießen wir da ein paar auf mich. Ich geh kurz weg. Wenn wir mal wieder ein Power-Up bekommen. Boah, ich warte keine Waffe, echt nichts. Ah, ich sollte mal hier runter gehen, oder? Sollte ich? Schon wieder ein Power-Up. Wo ist... Ah, da hinten ist der Upl... Ah, ich... Mann ey. Uplink. Ja, der Uplink ist da. Also wir holen jetzt ein paar... Ähm... Wibings und die vollen Bomben auf die Gecker. Ich camp jetzt... Ich bleib jetzt... Okay. Wir machen jetzt ne Wette. Ich schaffe es, bis zum Ende des Matches hier oben zu bleiben. Ohne zu sterben. Was hab ich davon? Ähm... Wer die Wette... Wer die Wette gewinnt, darf bestimmt, was der andere bei der nächsten Runde ein Ausrüstung dabei hat. gar nichts wir müssen irgendwas tolles ausdenken womit man den anderen bestraft kann ja da fällt mir jetzt gar nicht nichts ein irgendeine bestrafung geil kann ich lass dir was einfach dann können die werte durchziehen auch sicherlich gestorben scheiße ich bin über hier ich glaube die haben es aufgegeben mich hier oben zu töten keiner schießt mehr auf mich kommen denn die meisten da hinten ich versuche mal das ego hier zu spielen ne fühlt sich ganz komisch an mit der Pistole alter ich hab manchmal echt so ne runs hier bin ich unstoppable aber hier ist gar kein luftmittel am start das ist voll schade die rettungskapsule in den händen der allianz zuerst weg f*** übersehen alter einfach mal 34 killt schon wieder das ist wie ne abnormale scheiße ah nein nein er stirbt jetzt ist die wetter sowieso verloren nein dieser olle camper ey ich bin doch kein camper ich war nur die ganze Zeit auf einer position alles was du zu meiner verteidigung sagen es war mitten auf der karte man kann mich voll einfach ach f*** nicht so weit zu tun ob man campt der hat uns gerade alle geholt der Typ ne der hat auch mit der Albus gespielt siehst du wer ich jetzt auf meiner position ich geh da wieder hin der camper muss auf seinen camperplatz das bestimmt der damals nicht separat in die gemacht aber egal ich mag es zu campen nein eigentlich nicht was nein ich bin besser als du was nein schon wieder na yes meiste kills muah das Spiel hat einfach kurzzeitig aufgehört aufzunehmen weil ich mich irgendwie rausgetappt habe als ich die Maus weggeschmissen habe gut Leute ich habe euch jetzt gefallen ja mit mir nicht hat es Spaß dran Grimsel zu ärgern ich hoffe ihr auch ich mein ich hab nur gecampt und war schlechter wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in dem Sinne tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.